Hallo Leute, Dion Random hier. Jetzt mal ein Outdoor-Bericht einfach. Ich dachte, ich rede einfach mal ein bisschen drauf los und sag ein bisschen, was mich bewegt hier im Leben. Ich bin jetzt hier gerade in Berlin, es ist mitten in der Nacht, also es ist so, keine Ahnung, halb eins oder so. Also nicht so richtig mitten in der Nacht, aber ein bisschen. Und ich dachte einfach, es gibt halt viel zu wenig Hochkant-Videos auf YouTube. Es ist ganz schön runtergegangen, die Zahlen. Also die Leute haben halt langsam echt kapiert, dass es scheiße aussieht. Aber ich dachte halt, also ich bin halt nicht alleine damit, dass ich finde, dass es zu wenig Hochkant-Videos gibt. Also der junge Mann neben mir hier zum Beispiel. Wer? Ich? Ja, ja, auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall zu wenig Hochkant-Videos. Also ich meine, allein was es früher einfach an Hochkant-Videos gab, auch von der Qualität her waren die deutlich besser, als die es jetzt so gibt. Und da sieht man halt kaum noch, es gibt einfach zu wenig Hochkant-Videos. Und ich meine, da sind wir halt nicht alleine, wir zwei. Es gibt halt so viele Leute, die gerne Hochkant-Videos sehen möchten. Also es gibt halt nicht nur Leute, die es sehen möchten, auch die es fühlen möchten und miterleben möchten einfach. Und deshalb sollten wir das öfter machen, so Hochkant-Videos. Versteht ihr?